In Pokémon GO könnt ihr Erfahrungspunkte sammeln und damit im Trainerlevel aufsteigen. Mit jedem Level bekommt ihr dabei Gegenstände geschenkt, könnt neue Items freischalten und zunehmend stärkere Pokémon fangen. Für welche Aktionen ihr wie viel Erfahrungspunkte bekommt, welche Items in den späteren Leveln auf euch warten und wie das Trainerlevel mit den Wettkampfpunkten der Pokémon interagiert, erkläre ich euch in diesem Guide. Euer aktuelles Level findet ihr unten links und wenn ihr dort auf den Avatar klickt, seht ihr auch, wie viel Erfahrungspunkte ihr noch bis zum nächsten Aufstieg braucht. Hier mal eine Übersicht, wofür ihr alles Erfahrungspunkte in Pokémon GO sammeln könnt. Wenn ihr ein wildes Pokémon fangt, gibt das schon mal 100 Erfahrungspunkte. Außerdem könnt ihr Bonuspunkte bekommen, je nachdem welchen Wurf ihr ausführt. War es ein Curveball, gibt es 10 zusätzliche Erfahrungspunkte. Ein guter, ein toller oder ein exzellenter Wurf geben jeweils 10, 50 oder 100 Bonus-Erfahrungspunkte. Macht ihr außerdem eine Entwicklung von einem bestehenden Pokémon, bekommt ihr 500 Erfahrungspunkte und entdeckt ihr ein ganz neues Pokémon, sei es entweder beim Fang oder durch eine Entwicklung, bekommt ihr noch mal 500 Erfahrungspunkte obendrauf. Wenn ihr in der Arena trainieren geht, das heißt die Arena gehört eurem Team und ihr trainiert gegen andere aus eurem Team, bekommt ihr pro Sieg 50 Erfahrungspunkte. In der feindlichen Arena hingegen bekommt ihr 100 Erfahrungspunkte pro Sieg und schafft es einem feindlichen Team die Arena abzuluchsen, gibt es noch mal 50 Erfahrungspunkte obendrauf. Wenn ihr ein Ei ausbrütet, hängt es davon ab, ob es ein 2, ein 5 oder ein 10 Kilometer Ei ist, dann gibt es jeweils 200, 500 oder 1000 Erfahrungspunkte. Und auch hier, wenn ihr durch ein Ei ausbrüten ein neues Pokémon entdeckt, noch mal 500 EP obendrauf. Und zuletzt geben die PokéStops zwischen 50 und 100 EP. Das hängt davon ab, wie viele Gegenstände sie euch geben. Wenn sie euch 5 oder weniger Gegenstände geben, kriegt ihr 50 Erfahrungspunkte. Sind es 6 oder mehr Gegenstände, gibt es 100 Erfahrungspunkte. Alle Aktionen, die Erfahrungspunkte geben, könnt ihr mit einem Glücksei auch für 30 Minuten lang verdoppeln. Dazu aber in einem anderen Video mehr, wo ich euch genau erkläre, wie ihr am schnellsten und effektivsten levelt. Je höher euer Level ist, umso stärkere Items schaltet ihr frei. Eine Besonderheit ist dabei Level 5. Sobald ihr Level 5 seid, könnt ihr euch in der Arena anmelden und euch dort für eins der drei Teams entscheiden. Außerdem könnt ihr ab da an Arena Kämpfe machen und ihr schaltet die ersten Tränke und Beleber frei, die ihr für diese Battles braucht. Wenn ihr mehr Informationen über Arena Kämpfe und Team Auswahl und was da rein Spiel haben wollt, schaut euch die entsprechenden Guides auf meinem Kanal an. Ihr bekommt auf jeden Fall bei jedem Levelaufstieg was geschenkt. Neben solchen Sachen wie Pokébellen, Tränken und Belebern sind das manchmal auch sehr seltene Sachen wie Lockmodule, Brutmaschinen oder Glückseier. Das alles aufzuschreiben, würde ich aber den Rahmen sprengen, deswegen habe ich unten in der Beschreibung und in den Kommentaren einen Link. Und wenn ihr da draufklickt, könnt ihr genau sehen, bei welchem Level ihr was geschenkt bekommt. Mit am wichtigsten ist allerdings, dass auch die Stärke eurer Pokémon direkt von eurem Trainerlevel abhängt. Je höher euer Level ist, umso mehr WP kann ein Pokémon haben. Wenn ihr in der Übersicht seid und auf ein Pokémon klickt, seht ihr über dem Pokémon so einen weißen Halbkreis. Und je weiter der gefüllt ist, desto näher ist das Pokémon an seinem maximalen Level. Und wenn euer Trainerlevel steigt, erhöhen sich auch die maximalen WP. Wenn zum Beispiel in diesem Fall hier mein Hypno bei ungefähr 3 Viertel ist und ich ein Power-Up mache, das können wir einfach mal ja durchführen. Ja, das wollen wir. Dann bekommt das 32 WP dazu und ist ein bisschen näher an das Maximum gerückt. Wenn ich jetzt ein paar Mal Power-Up machen würde, würde ich irgendwann beim Maximum ankommen. Und dann muss ich erst wieder mein Trainerlevel steigern, um danach das WP-Maximum meiner Pokémon zu erhöhen. Und zuletzt entscheidet mein Trainerlevel auch darüber, wie stark die Pokémon sind, die bei mir auf der Karte auftauchen. Je höher mein Trainerlevel ist, umso mehr WP haben die Pokémon, die ich in der Wildnis fangen kann. Und das waren erstmal die Grundlagen zu den Trainerleveln und zu den Erfahrungspunkten und wie das alles zusammenspielt. Wie ihr besonders schnell und effektiv Erfahrungspunkte sammelt, erkläre ich nochmal in einem extra Video. Genauso habe ich andere Guide-Videos zu speziellen Themen gemacht. Wenn euch irgendwas also nicht ganz klar ist, schaut einfach mal in die verlinkte Playlist. Vielleicht habe ich dazu schon ein Video gemacht. Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg beim Pokémon-Jagen und wir sehen uns hoffentlich demnächst wieder in einem Guide-Video oder meinem Let's Play zu Pokémon GO. Bis dann! Bis dann!